ErgoFit konzentrierte sich auf der FIBO 2015 ganz auf medizinisches Fitnesstraining und unterstützt seine Kunden mit Komplettlösungen von der Planung bis hin zur Einrichtung medizinischer Trainingseinrichtungen. Wir haben uns darauf spezialisiert, medizinische Trainingseinrichtungen zu planen und zu konzipieren und dann natürlich auch mit Geräten auszustatten, weil wir gesagt haben, wir legen da jetzt unseren Fokus drauf. Wir können da ja komplett alles liefern, vom Cardio bis zum Kraftgerät mit Medizinzertifizierung und dem entsprechenden chipkartengesteuerten Trainingssystem, das auch ein individuelles Training ermöglicht. Wir haben uns dabei auch jetzt auf die Planung und Konzeption ein bisschen noch mehr fokussiert. Das heißt, wir helfen den Kunden dabei mit einer kompletten Stellplanung, visualisieren das Ganze, unterstützen mit Marketingberatung und Marketingkonzepten, um das Ganze so leicht wie möglich zu machen, den Einstieg. Als Spezialist in Sachen medizinischem Fitnesstraining zeigte das traditionsreiche Familienunternehmen aus Pirmasens das individuelle Chipkartengesteuerte Zirkelkonzept Vitality Circuit und wendet sich damit an eine ganz besondere Zielgruppe. Das ist unterschiedlich. Das sind zum großen Teil Physiotherapeuten, die sich ein zweites Standbein schaffen mit einem Trainingsbereich. Es gibt natürlich auch Fitnessstudios, die sich mehr medizinisch orientieren wollen oder in dem Bereich was machen wollen. Viele Trainer, die sich selbstständig machen, die sagen, okay, ich mache einen kleineren Bereich mit 100 bis 200 Quadratmeter bietet da medizinisches Fitnesstraining an. Der Hersteller zertifizierter Medizinprodukte setzt deshalb zukünftig auf softwaregestütztes Training. Ich empfehle unseren Kunden, die sich im medizinischen Trainingsbereich selbstständig machen wollen oder in dem Bereich was eröffnen wollen, auf jeden Fall mit einem Chipkartensystem zu arbeiten. Jetzt unabhängig von uns oder von jemand anderes, macht meiner Meinung nach keinen Sinn im medizinischen Trainingsbereich ohne Software zu arbeiten. Dies sagt auch der Physiotherapeut Manuel Dabari, der seine Praxis in E-Sense gerade mit dem Chipkartengesteuerten Metallity Circuit von Ergofit ausgestattet hat. Das Schöne ist, dass man mit Ergofit erstens eine professionelle Trainingssoftware hat, mit der ich dazu in der Lage bin, das Training zu objektivieren, die Erfolge oder die ausbleibenden Erfolge zu objektivieren und gleichzeitig ist es auch so, dass wir über die Monitore an den einzelnen Geräten auch schon in der Situation gleich eine erste Kontrollinstanz haben, die überprüft, ob das Bewegungsausmaß richtig ist, ob die Bewegungsqualität richtig ist. Mit Ergofit hat er den optimalen Partner gefunden, um wie er selbst sagt, seine Kunden in einer geschlossenen Therapiekette weiter zu betreuen. Wir als Physiotherapie-Praxis haben natürlich einen enormen Vorteil. Wir müssen nicht wie Fitnessstudios über eine sehr intensive Akquise, Werbungen etc. dafür sorgen, dass die Leute in die Studios kommen, denn das ist ja meistens die größte Hemmschwelle, erstmal in ein Fitnessstudio zu gehen oder einen Raum zu betreten, den man nicht kennt, sondern die Patienten kommen ja sowieso zu uns, lassen sich behandeln. Das heißt, dass dort schon eine Kommunikationsebene da ist und natürlich auch eine Vertrauensebene und wir haben die Möglichkeit jetzt, nachdem die Therapie abgeschlossen ist, dieses Vertrauensverhältnis zu nutzen, um dann für den Patienten etwas zu erstellen, was sein Gesundheitsziel weiter untermauert. Das bedeutet also, die Patienten sind da, das Vertrauensverhältnis ist da und so wird der Patient, der nachhaltig gesund bleiben möchte, zum Kunden und auch natürlich wieder andersrum. Damit wird der deutsche Komplettanbieter seinem Ruf gerecht, für bedingungslose Qualität in Sachen medizinischer Fitness zu stehen.